Du musst an den Spikes vorbeispringen, nicht da rein. Ah, danke, Digga. Oh! Na, oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, Idas hat sich hier irgendeinen Pilz-Turm bestellt. Pilzturm, Jürgen. Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott! Habe ich! Let's go! Das ist ein Joke! Das ist ein Joke! Oh, Digga! Oh, ich habe in meine Knie gestoßen! Oh! Wofür werden die mit dieser Lampe da bedingst? Ist das irgendwie wichtig für Milch oder so? Ja, ich weiß, dass es für Wärme ist, aber wofür ist das also... Ach so, Sonnenbank! Ach so, für die Bräune, damit sie im Club besser rankommen, oder wie? Vorgrillen! Oha! Bro! Oho! 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 Oho!